Willkommen zu Let's Play Harvest Moon. Aber abgekürzt ist es einfach Harvest Moon. Haben wir dann einen Brief bekommen. Neues Produkt, einen Mixer, damit meinen wir nicht die Plattform. Wir gehen heute zum Gemischwarenladen und zu Han, also Fang, weil keine Ahnung wie der heißt. Beide sind groß, das heißt jetzt es gibt Milch von beiden und das heißt auch mehr oder weniger, dass wir bald noch mal so ein Popmittel holen werden, um die eine Kuh, die schon soweit ist, bei Essmilch, Essmilch, Tiere, der Kau braucht dafür sein letztes Herz. Hier geht es nämlich darum, dass die Tiere soweit wie möglich nach vorne gepusht werden. Geht weiter aus! Ich habe eine wand. You have a pen Oh, we have pen I have a pen I have a pen pen Oh, pen 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 Big pen Small pen Wenn es um dumme Sachen geht, bin ich immer dabei Verlasst euch auf mich Oh, mein Pferdchen will nicht raus, weil es regnet Du wirst jetzt von mir rausgezerrt Komm her raus, du Schisser Ui Ah ja, stimmt, weil es regnet Kommen auch die anderen nicht raus Ich habe vergessen Ich würde sagen, jetzt rennt das Vieh weg Ey, wir haben vorhin miteinander getradet, du Bei der Trading Republic Äh Trading Oh, ich kann hier Nicht absetzen Gott Jeffy Jennifer 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 Wie wir alle wissen, können wir jetzt hier Ein paar Sachen abwenden Aber warum dadurch meine Laune runter geht, das weiß auch niemand Achso, elf Ferdinand Ferdinand Ah, da hat er sich hinterm Baum versteckt Hier Der kleine Waldläufer Der Schwert Er hat ihn noch abstechen Und da ist der Weiß die Polizei da vor dem Besitzer In sein Haus So So So, schauen wir mal Was kannst du für mich machen Feldstufe 2 Erhöht die Wahrscheinlichkeit Nutzpflanzen von höherer Qualität zu ernten Wer macht das nicht? Okay, ich bin jetzt echt enttäuscht Die Fenster Die Briefkasten Und irgendwelche Böden Das interessiert mich so unglaublich nicht Und ansonsten Oh Warte, 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 warte Und ansonsten baut er mir Halt den Hühnerstall Und die Scheune aus Deluxe Schrank Brauche ich gerade nicht Nein, ich habe das nicht gekauft Weil ich dann zu wenig Weniger Geld Ha Ha Jennifer Oh Ja Beam dich mal durch Mal fertig Ich habe das Gnachian Wem anders Gegeben He 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 Guten Tag Keks Was hältst du von mir? Hey Leute, behandle mich Als ob ich noch ein Kind wäre Wenn ich auch noch so ein Kind bin Ähm Hier geht Ich kann das Zeug nicht ausstehen Das erklärt so ein bisschen Bringt's an die Leute Die das noch nicht Bekommen haben Alle so Okay Alle tun das Bewohner Die das Zeug bekommen Bäh Ich geht voll Ran Juhu, ich liebe es Badababa Ich liebe es Oh du es kriegst Was los Tut dir etwas weh Es machen Sorgen Dass du alleine bist Keine Sorge Irgendwann habe ich schon Bin ich nicht sozial Ich finde mich auch toll Hallo Oh Vielen Dank Ich kann das komische Gefühl In meiner Brust Erklären Keine Ahnung Bei mir ist Liebe Irgendwie was anderes Das hat nichts mit der Brust zu tun Oder ein Komisches Gefühl Darin Keine Keine Karren So Wuang Ne Bei Kai auch keine Samen Kaufen Kursamen Sommer Herbst Frühling Brauche ich Blumen Juhu, der Wahrheit Wird ja zum Glück Immer da drin bleiben Äh Äh Dann kaufen wir uns die Frillsby Scheibe Spielzeug für Haustiere Einfach werfen Stimmt Ich habe ja noch keinen Hund Aber warum nicht Also Früher war es so Dass du deine Haustiere Hier gekauft hast Und deine Kühe Und so Aber das ist hier nicht mehr so Wie komme ich jetzt also An einen Hund Im zweiten Jahr Und es stellt sich Wir immer noch ein paar Fragen Nein Jetzt mal ehrlich Wie komme ich An einen Hund ran Ist das so Dass ich den Also jetzt im Laufe Des zweiten Jahres Einfach Bekomme Ich glaube Ich schau Hier Wer Da ist Ihr Hier 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 ups ja es ist jetzt so das war's vom heutigen tag gut ich bin so müde so dann haben wir jetzt wieder tag geht es immer noch so bei einer 0 wird sie definitiv größer bei einer neuen wird kleiner bei einer 6 größer ja als ob ich den spannend brauchen würde dass wir jetzt sehr reudig gewesen bin dann werden wir gleich wieder gleich größer kleiner größer größer immer mehr dieser knochis ich fordere dich heraus heraus ich habe ausgeschlossen auf kleiner gesinnt als ich auf mein handy geschaut habe oder war es kleiner die zahl ist größer man herausforderung man so dann haben wir das meiste abgehakt fahrer 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 göttin der ernte und körper alle dass die im gleichen tag gewusst fahrer guten tag es ist mir eine freude deine bekanntschaft zu machen geil wir haben jetzt endlich fahren den habe ich gelesen zu machen eine ehre ein paar kleinigkeiten zu verkaufen diese stadt anzuwenden ich werde meine maren immer mittwochs im ersten stock des gasthauses ausstellen ich verkaufe außergewöhnliche selten objekte als genutze kein besuch bestimmt ich öffne außerdem jeden 15 des monats meinen haustier laden am platz ach da kriege ich die haustiere her es sei denn es findet dort gerade ein festival an diesem tag statt das hat vorrang also dann wenn du mich entschuldigst bis bald der typ wird der schlüssel sein der schlüssel den ich nie hatte denn zu meiner haustür gibt es ist wahrscheinlich auch kein schlüssel kann sein das hier jetzt gleich weg muss es gehtITE aber jetzt legte du mir doch noch kein kleine Claro ja ich will das jetzt jeden laht genau so soll ich den jetzt einen merken kann sein dass ich jetzt gleich weg muss es geht der um ein wichtiges telefonat was meine zukunft beinhaltet nein ich habe daneben gebürstet so dann an der stelle dann bis gleich oder bis nach den ferien keine ahnung dann bis später